Hallo, auch ich möchte mich an dieser Stelle gerne melden. Es war so, vor circa zwölf Jahren, da tauchten in dieser Stadt hunderte von Plakaten auf. Auf denen stand, Phönix ist da, Phönix lebt, Phönix die Auferstehung. Niemand wusste etwas damit anzufangen. Auch nur kurze Zeit später war klar, Phönix vertritt die Basketballbegeisterung dieser Stadt. Und auch heute, zwölf Jahre später, ist Sportdeutschland bekannt, dass Phönix aus Hagen kommt. Die Identifikation mit dieser Stadt, dem Basketball, ist einmalig in Deutschland. Ich möchte euch bitten, alle, bleibt dem Basketball treu. Die nächste Zeit wird zeigen, ob Zuschauer, Sponsoren, die öffentliche Hand wahrscheinlich auch, in der Lage ist, diesen Basketball hier in Hagen am Leben zu erhalten. Ich bitte euch, seid alle dabei, lasst uns die Phönix-Familie weiterleben. Kommt zu den nächsten Spielen und zeigt eure Solidarität. Ich danke euch. Ich danke euch.